Ich habe mit dir geredet, hast du mit den mobilen Geräten, wo ich mein 270er-Guergler auch drin habe? Na schon mit den Chinesen ein 270er-Gerätl, na super, dann los! Ja, 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 jetzt geht das schon ein bisschen anders, glaube ich. Jetzt hätte er mit der Hauptbrefer angekommen. Na, vielleicht hätte ich wieder, aber dann muss ich jetzt schon gestern, dass ich da was von Kettnerin auf gleich. Wir haben einen, aber zwischen den anderen, wir haben gesagt, dass wir zwei Tannen nehmen, oder? Dann muss man ja jetzt nehmen, dass es wieder ein Prick kommt. Ich übergebe dich, und ich mache einen Pfarrigen Kühlschrank, mich düstet, aber ich bin am Apparat, ja? Ja, aber ich weiß, Katakalo, so schauen wir zum nächsten Prickern oder kommen für die CD-Sation. Wir haben Alf-Stammmobil am Jahrling-Breaker kommen. Ja, ja, grüß Gott, hier ist der Oster-Riche. Äh, wer war die Station? Welcher Ort? Da ist noch eine Station raus. Wer war der Breaker? Aufzeigen, bitte? Ja, ich begrüße die Runde, da ist der Oster-Riche. Ja, Oster-Riche! Von wo? Ja, richtig, ich habe gesehen, der Katakalo ist auch drauf. Richtig, und wer bist du? Mikrofon, der Alf-Stammmobil gerade oben da am Jahrling, da fährt sie sein da am Jahrling. Wo bist du, Jahrling? Ja, Roger, Roger. Ja, super, der Skipper wird jetzt nur noch nicht verstanden. Alter, H-L-E-S-Alf. Oh, ich sehe, ich habe die Vorbereitung in Alf. Ja, das ist eben da, drüber, das liegt. Ja, okay, Moment, gut. Äh, ich probiere mich nur noch TV-27 raus am Dach. Äh, ich bin im dritten Bezirk. Oster-Riche, es war der Alf. Kriegsfreie, UKW. Ah, verstehe, Servus, Katakalo, der Alf, ja. Grüß dich, Servus, auch Christian, Servus. Also, interessant, dass hier jetzt jemand da am Jahrling steht. Also, Alf, wie gesagt, hab dich gehört, ich komme gleich zurück, ich muss ja noch die Antenne montieren, fertig, ja. Ja, ich wollte einmal sehen, ob es funktioniert, aber das ist ja sensationell, ja. Ja, geht gut, dann können wir so zwischen 25 und 7, also 6er wird das sein. Äh, was ich glaube, ich habe natürlich noch vergessen, ob man hat das Wetter halt, sagt man, 1, 2, 5, 7, nein, und dann plus 30, und da bin ich zwischen 5 und 7 da drinnen, also, willst du da irgendwo 6er sein wahrscheinlich, da irgendwo zwischen 5 und 7 bist da drinnen. Nein, das passt schon, hat schon eigentlich eine Montilleantenne Lärmdick.